Auf nach Eichwald, so heißt es auch wieder in diesem Jahr. Kommen Sie und besuchen Sie das 58. ADAC Motocross in Eichwald. Am 6. bis 8. Juli treffen sich nationale und internationale Spitzenfahrer in den Klassen die im Seitenwagen, die im Ofen und des DMV BRC MX2 Taktabs. Freuen Sie sich auf Action auf der Strecke und andere Aktivitäten neben der Piste. Auch in diesem Jahr stehen wieder eine Hüpfburg und eine Kindermotorradbahn für die Kids bereit. Außerdem können Sie mit dem 58 Meter Steiger die Rennstrecke von oben betrachten, die Einkaufsmeile besuchen, sowie die Motocross Stars hautnah im frei zugänglichen Fahrerlager begegnen. Unser freundliches Bewirtschaftungsteam freut sich schon darauf, Sie bewirken zu dürfen. Am Freitag und Samstagabend ist wieder Party angesagt. In Deutschlands schönsten Motocross-Festzelt. Für eine ausgelassene Stimmung sorgen am Freitag das Hofbauregiment und am Samstag die VIPs. Freuen Sie sich auf tollen, actionreichen Motocross-Sport und besuchen Sie eines der besten Motocross-Rennen Deutschlands. Wir freuen uns auf Sie. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internet- oder Facebook-Seite. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internet-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport.